Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing-Video. Heute mit einem, den ihr ja doch recht spannend fandet und das ist der Trended Up Adventskalender. Ich habe den tatsächlich schon seit mehreren Wochen hier und bin einfach noch nicht dazu gekommen, euch den zu zeigen. Heute werden wir den ganzen Spaß aber einmal durchsprechen, damit ihr euer Geld spart und nur die Adventskalender kauft, die euch wirklich interessieren. Falls ihr neu seid, freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert und ich habe gute Nachrichten für euch. Jeder Adventskalender, den wir öffnen, geht fast komplett zu euch, denn alle Kalender-Inhalt-Produkte landen bei mir mittlerweile in der Kiste. Wir haben eine 60, 70 Liter große Ikea-Kiste voll mit Adventskalender-Make-Up-Produkten und die könnt ihr gewinnen. Es wird mindestens 20 einzelne Pakete geben. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist diesen Emoji in die Kommentare schreiben und natürlich Abonnent, Abonnentin meines Kanals sein. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie teuer der war. Ich schaue einmal ganz schnell nach. Der kostet 25,95 Euro, hat 24 kleine Überraschungen mit drin und sieht optisch tatsächlich echt spannend aus. Er ist recht groß und wir können ihn aufklappen. Wie immer sage ich euch nicht, welcher Inhalt in den Türchen ist, damit, falls ihr euch ihn kauft, ihr auch nochmal eine kleine Überraschung habt, an welchem Tag was mit drin ist. Deswegen packe ich einmal aus und ich würde vorschlagen, let's go. Starten wir mit dem ersten Produkt. Das ist ein Nagellack in einem recht schönen braunen Ton, 168. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich mit Trended Up leider nicht so aus. Ich weiß jetzt nicht, sind das wirklich Produkte, die extra für den Kalender sind. Einige, sehe ich schon, sind extra gemacht. Bei den Nagellacken weiß ich es nicht. Aber das ist eine wirklich recht süße Farbe. Tatsache, habe ich auch gar nicht mehr in Erinnerung, was das für ein Kalender sein soll. Wir hatten, glaube ich, einen Pflege-Adventskalender. Hier kann ich mir vorstellen, dass es sehr Make-up- und Nagellastig drin ist. Umso besser für uns, denn das ist das, was wir lieben. Wir haben eine Color Circuit Eyeshadow Palette. Die sieht einmal so aus, mit recht spannenden Farben. Wir haben einen Blau, wir haben einen Grün, wir haben einen schimmernden Highlighter. Die Trended Up Produkte sind wirklich gar nicht schlecht. Vor allem die Lidschatten, die sind recht anwenderinnenfreundlich. Also man muss sich da nicht so viele Gedanken machen, wie verblendet sich der Ton, sondern die machst du rauf und hast einen leichten Effekt auf dem Auge. Das ist nicht Natasha Denona, ist aber eine komplette Full-Size-Lidschattenpalette. Wir haben Nagelsticker und auch die sind weihnachtlich angepasst. Wir haben Lebkuchenmänner, wir haben Adventskränze, Zuckerstangen und Weihnachtsmützen. Ich verstehe Nagelsticker ehrlich gesagt gar nicht. Wahrscheinlich bin ich jetzt von Nagelstickern, ich würde sagen, genervt. Ich benutze sie ja nicht. Ich verstehe es tatsächlich nur nicht. Tragt ihr Nagelsticker? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber die sind süß, die sind für Weihnachten angepasst. Wir haben einen Bronzing Lipstick. Der sieht ja wirklich spannend aus. Ich swatch ihn einmal ganz kurz. Ach krass. Das ist ein Braunton und je nachdem wie das Licht drauf fällt, ist das auch ein Highlighter. Ich kann mir vorstellen, dass der, wenn ihr eine dunklere Haut habt, wunderschön bei euch aussehen wird. Oder den kann man natürlich auch als Cream Eyeshadow benutzen. Der hat eine recht dunkle Base und dann so einen silbernen Schimmeranteil mit drin. Das ist ein gutes Produkt. Wir haben einen weiteren Nagellack. Auch der ist in einer recht tragbaren Farbe. Geht so ein bisschen in die alte Rosé-Richtung. Ist okay. Es sind 11 Milliliter mit drin. Es gibt tatsächlich auch verschiedene Größen von Nagellacken. Hier haben wir beispielsweise einen kleinen 6 Milliliter und 11 Milliliter. Uh, was ist das denn? Das ist ein Bodymist. Vor Gebrauch gut schütteln. Der Bodymist ist ein echtes Christmas Must-Have. Eine pudrige Mischung aus Aprikose, Vanille und Amber verführt die Sinne. Und feine Glitzerpartikel sorgen für die perfekte Weihnachtsstimmung. Das ist so ein Spray. Das kannst du dir auf den Körper sprühen. Ich muss mal dran riechen. Ich liebe Amber. Wow. Ich muss es sprühen. Ich muss es sprühen. Oh, geil. Wenn ich ein Parfum rausbringen würde. That's it. That's it. Das ist es. Wie gut riecht das bitte? Der alkoholische Duft verfliegt sehr, sehr schnell. Und das hinterlässt so einen leichten, gleichmäßigen Schimmerton. Das muss ich mir zur Seite legen. Den Duft brauchen wir irgendwie. Wie krass ist das bitte? Wow. Alright, Freunde. Wir haben einen Color Protect Lip Liner. In so einem dunklen Auberginton. Mir fällt auch gerade ein, dass einer der ersten Adventskalender, die ich reviewt habe vor mehreren Jahren, auch von Trend Up, war. Habe ich echt Geld zusammengespart, um mir diesen Adventskalender zu kaufen. Die Trend Up Produkte sind sehr, sehr solide. Also, da sind selten wirklich Flops dabei. Das ist ein Produkt, das kann man immer gebrauchen. Und das ist eine wirklich schöne Farbe, die auch zu anderen Produkten passt, die hier mit drin sind. Wir haben ein Nude & Care Nagel Camouflage mit Härten und einem Hexer 3 Komplex für gestresste Nägel. Das ist ein Nagellack in so einem recht helleren Nude Ton. Auch so einen leichten Schimmerreflex mit drin. Kenne ich mich gar nicht mit Ausrolle. Kenne ich... Oh Gott. Wow. Das riecht wie Tom Ford. Wir haben ein Puder. Ja, wir haben ein Face Puder aus der Trend Up Sensitive Reihe. Die Sensitive Reihe mochte ich persönlich nicht so gerne. Das Puder war aber gut. Und das ist auch in einem... Ja, es hat Farbe leider mit drin. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass es für einige funktioniert. Als Lidschattenfixierung vielleicht. Oder tatsächlich auch als Lidschatten. Ich finde, man muss immer so ein bisschen schauen, dass die Produkte für viele möglich sind. Und klar, es gibt immer mal ein Produkt, was nicht funktioniert. Aber dafür haben wir beispielsweise diesen Lippenstift, der wieder ein bisschen bei dunklerer Haut sehr gut funktioniert. Deswegen, es geht wirklich um eine gute Basis oder eine gute Rundlage. Wir haben einen wunderschönen Lipgloss. Erstmal, ich liebe das Design. Das ist hier unten so abgerundet und sieht so ein bisschen aus wie ein Reagenzglas. Das ist der High Shine Lipgloss in der Farbe 144. Made in Germany. Ein hochglänzendes High Shine Gloss mit werfvollem Arganöl. Die sind sehr, sehr gut. Ich mag die ganz gern, die Trended Up Lipglosse, weil sie sehr, sehr günstig sind und einen extrem hohen Schimmer-Glow-Anteil mit drin haben. Gutes Produkt. Ja, wir haben noch ein Nagellack. Das ist jetzt eher so ein bisschen was Spannenderes. Das ist nämlich ein bisschen Aubergine, lila und hat blaue und rosane Glitzerreflexe mit drin. Wie gesagt, Nagellacke. Bin ich absolut der falsche Ansprechpartner für? Keine Ahnung. Aber ein, zwei, drei haben wir bis jetzt vier. Wir haben einen Powder Blush mit Glow-Effekt und der ist echt süß. Schaut mal, der hat, ihr könnt es erkennen, ein Lebkuchenmännchen mit reingepresst. Also ist auch der angepasst worden an Weihnachten. Made in Poland. We wish you a beautiful Xmas. Sehr, 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 sehr süßes Produkt. Und auch eine sehr tragbare Farbe für viele von uns. Weiter geht es mit einem High Shine Lipstick in der Farbe 270. Das ist jetzt auch ein sehr weihnachtlicher Ton oder ein sehr winterlicher Ton. Ich mag es, dass hier keine Produkte drin sind, die so, ja, sehr hell sind oder sehr frühlingsschreien. Sondern das ist ein Produkt, das ist schön. Tatsache hat Trended Up auch das Packaging geändert von den Basic-Produkten. Es gibt ja so diese Black Line mit den schwarzen Designs. Die sind sehr, sehr edel geworden. Mit einer runden Kappe. Auch hier made in... Wo ist das made? Steht jetzt nicht drauf. Schöne Farbe. Wir haben ein Nagellack in einer großen Größe, in so einem Grün. Der sieht aus wie die Farbe Forest aus meiner Lidschattenpalette mit Catrice. Wir haben einen Nagellack in so einem schönen hellblau. Und wir haben auch noch ein Nagellack. Aber das ist ein UV Power Gel Nagellack. Also auch verschiedene Nagellacke. Das ist jetzt so ein recht kühler, fliederler Wendelton. Sieht hübsch aus. Passt aber Tatsache auch, wenn man... Das sieht ganz süß aus. Schaut mal. Die Farben passen alle recht gut zusammen. Also sind sehr reduziert. So ein bisschen toned down. Ihr habt dann aber auch so ein paar Highlights wie diesen schimmernden Ton. Wir haben ein weiteres Produkt aus der Lippenkategorie. Und das ist der Ultra Matte Lip Cream. Ein Ultra Matte Liquid Lipstick mit fliegender Kakaobutter. In so einem... Ja, ich würde ihn fast beschreiben als so ein dunkleres Morphrot. Auch hier ein bisschen kühler. Wird die Zähne sehr schön weiß machen. Die kenne ich tatsächlich noch nicht. Sieht aber gut aus. Wir haben eine Blush Palette. Auch hier mit vielen verschiedenen Farben. Ein etwas kühlerer Ton. Und zwar einen matteren und einen schimmernden Ton. Auch hier eine sehr, sehr süße Farbauswahl. Auch nicht so 0815 Farben, muss ich sagen. Ist süß. Wir haben eine... Ein Brow Booster Pencil. Was? Und da sind so Fasern dran. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Ich will ihn jetzt nicht swatchen. Akzentuierter Augenbrauen Holzstift mit natürlicher Zellulose Fibers zum Verdichten der Augenbrauen. Mit fliegender Shear Butter. Waterproof. Verträglichkeit augenerzlich bestätigt. Okay. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht diese Produkte. Aber ist in Ordnung. Also das ist etwas, was man mit Sicherheit benutzen kann. Wir haben einen Radiant Highlighter. Natural Radiant Highlighter von Trended Up. Den kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen als Finishing Puder all over the face. Also wirklich, wenn ihr so diesen Glow mögt wie ich. Ich trage jetzt meine Facepalette mit dem, der Highlighter. Und den habe ich als Facepuder benutzt. Super cool. Wir haben die Eyeperance Mascara Volume and Definition. Auch die kenne ich noch nicht. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Das ist so ein etwas klassischeres Bürstchen. Aber ich mag das Design ganz gerne. Die erinnert mich so ein bisschen an die neue MAC Mascara. Könnte vielleicht sogar ein Dupe sein. Und soll sogar für Kontaktlinsenträger geeignet sein. Mit Johannes-Beer-Kernöl. Süß. Wir haben einen Rollerbaby Lip Gloss. Der wird so ein, ja, der hat so einen Ball. Ist für unterwegs immer ganz gut, einfach um so ein bisschen rüber zu gehen. Riecht jetzt nicht. Ist auch durchsichtig. 0,3,0 transparentes pflegendes Öl mit Blackberry-Duft. Habe ich jetzt noch nicht gerochen. Und einem glänzenden Finish. Ein Lippenpflegeöl ist auch in Ordnung. Und jetzt haben wir noch was für die Augen. Das ist so ein, ja, ein sehr heller Lidschatten. Das, das, da muss ich sagen, das enttäuscht mich mehr als Nagellacke Tatsache. Weil ich diese, ich habe von diesen Monolidschatten in diesem recht hellen Ton viele. Und ich benutze sie tatsächlich auch nicht. Was da aber drauf steht, ein integriertem Primer und pflegendem, schützenden Sim Repair 100. Was auch immer Sim Repair 100 sein soll, klingt spannend und klingt fancy. Ich weiß nicht, benutzt ihr die? Doch, ich weiß, dass viele diese Farben benutzen. In der Lidschattenpalette okay. Einzel? Okay, muss man mal ausprobieren. Aber auch hier ein Monolidschatten. Und das finde ich persönlich krass. Das ist ein Pure Nude Baked Eyeshadow. Der kommt in so einem Drehverschluss. Und ihr habt hier einen wunder, wunder voll geschimmernden Ton. Ich würde so gerne mit meinem Finger da jetzt reingehen. Riecht jetzt auch nicht. Aber die sind echt krass. Und vor allen Dingen sind die sehr gut als Highlighter oder als Inner Corner Produkt. Die Baked Eyeshadows liebe ich. Und das war tatsächlich auch schon der Inhalt des Trended Up Adventskalenders. Ich muss sagen, unabhängig von den sechs Nagellacken, ja doch sechs würde ich jetzt mal sagen Nagellacken, ist die Auswahl und die Vielzahl an Produkten wirklich gar nicht schlecht. Ich hätte mir vielleicht noch eine zweite Mascara gewünscht, einfach um noch etwas heraus auszuprobieren. Aber wir haben was für die Augen, wir haben was für die Lippen, wir haben was für die Base. Wir haben Produkte, die extra angepasst sind. Und für den Preis muss ich sagen, ist das Ganze wirklich in Ordnung. Was mir am besten gefallen hat und alleine dafür würde ich ihn tatsächlich schon kaufen, ist dieses Spray. Weil das einfach so, es riecht, es tut mir leid, es riecht geil. Ich liebe, liebe, liebe diesen Duft. Und bin sehr gespannt, was man daraus noch machen kann. Ansonsten sind die Produkte wirklich eine gute Vielzahl an Produkten da. Und ich bin gespannt, was ihr zu diesem Adventskalender sagt. Ich kann sagen, ja, 8 von 10 Punkten für diesen Adventskalender. Ich bin gespannt auf eure Meinung, Freunde. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.